Ich habe 20 Kilo fast abgenommen in drei Monaten. 66,2, habe also 6,5 Kilo verloren. Bedeutet also, seit Anfang der Zusammenarbeit sind ungefähr 10 Kilo runtergekommen. Wenn du jetzt auch so ein geiles Ergebnis haben willst, dann trage dich jetzt auf dieser Website für ein kostenloses Erstgespräch an. Und ich helfe dir ganz persönlich dabei, dein Ziel zu erreichen. 1,2,3,5 Kilo. 1,2,3,5 Kilo. 1,2,3,5 Kilo. 1,2,3,5 Kilo. 2,3,5 Kilo. 1,2. 2,3,5 Kilo. Oh, hey ho! 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 2, 1. Ah! Halley! Komm! Halley! Speich! Komm! 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 Oh, 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 oh. Das war's. 5 1 3 2 3 4 5 5 5 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Komm, 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 komm!